Ich wollte mich verabschieden. Du gehst? Ich hab die Anzeige zurückgezogen. Du... Du hast sie zurückgezogen? Gut, Sabine. Warum? Ist Sandra bei dir? Hast du mit ihr gesprochen? Ich hab dich geliebt, Carlos. Ich hab immer geglaubt, wir hätten eine Chance. Wär ich nie so weit gegangen, aber ich hab wohl alles falsch gemacht. Und wir haben beide Fehler gemacht. Aber es gab doch auch schöne Momente, oder? Ich mein, du hast mich doch gemocht am Anfang. Hast du? Machen wir uns nichts vor, Sabine. Es hätte nichts werden können, nicht unter diesen Voraussetzungen. Ja, dann nicht. Ich werde heute abreisen. Ich komm nicht wieder. Mach's gut, Carlos.